Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Coop hat eine interessante Nachricht für alle Kaffee-Liebhaber. Die Packungen vom Coop Bohnenkaffee bieten Ihnen nicht nur den vollen Aromaschutz, sondern auch mehr Konsumenteninformation mit diesen Buchstaben an. Diese Buchstaben zeigen Ihnen auf dieser Weltkarte genau aus welchen Ländern der feine Kaffee kommt, welcher in den Coop-Mischungen drin ist. Und Coop kauft vor allem edlen Hochlandkaffee von speziell ausgewählten Plantagen. Und zwar in den Ländern, in denen der beste Kaffee wächst. Nämlich in Mittelamerika, Südamerika und auch Ostafrika. Wenn er bei Coop ankommt, wird der Kaffee ganz streng geprüft. Die erfahrenen Kaffeeexperten von Coop stellen mit sicherem Geschmack aus den verschiedenen Kaffeesorten eben diese richtige Mischung zusammen. Und die grosse Kunst des Coop-Röstmeisters ist es dann, die Rösttemperatur und die Röstzeit richtig zu dosieren. 10 bis 12 Minuten wird der Kaffee sorgfältig geröstet. Dann werden die Bohnen auf dem Sieb abkühlt. Jetzt ist ein Coop-Kaffee, wie Sie ihn kennen, röstfrisch, herrlich duftend und hoch aromatisch. Und so finden Sie ihn in Ihrem Coop-Laden in den 5 verschiedenen feinen Mischungen. Nämlich der Casa für kräftigen Milchkaffee, der typische italienische Espresso, der milde koffeinfreie Bonsoir, der feine kräftige Exzellento und der Jubilor für höchsten Kaffeegenuss. Für alle Kaffee-Liebhaben, gerade noch eine Überraschung. Sämtliche Coop-Bohnen-Kaffeesorten sind nämlich jetzt massiv günstiger. Achtet Sie auf diese Plakate an der Coop Schaufheister. Ja, ich habe hier noch eine freuliche Mitteilung an alle Einwohner von Zumiken bei Zürich und Umgebung. Morgen am 8 Uhr geht am Dorfplatz das neue Coop-Center auf. Dort finden Sie alles, was Sie so täglich brauchen und auch eine schöne Metzgerei mit Bedienung. Sie sehen, Coop sorgt immer wieder auch ausserhalb der Stadt für moderne Einkaufsmöglichkeiten. So, das wäre es gewesen für heute. Wir vom Studio, danken Ihnen fürs Zuschauen und geben das Wort weiter ins Coop-Center. Guten Abend miteinander, bis zum nächsten Dienstag gibt es beim Coop die Hit-Angebote. 1 Kilo ausländische Boulet, Pfannenfertig, tiefgekühlt für nur 3.70 Franken. 250 Gramm Kochbutter statt 2.35 Franken, nur 2.05 Franken. 5 Deziliter Kaffeerahm statt 2.50 Franken, nur 2.20 Franken. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag gibt es beim Coop 5 Kilo Omo statt 16.50 Franken, nur 14.50 Franken. 5 Kilo Ariel statt 16.50 Franken, nur 13.90 Franken. Und 4 Kilo Textilverrädler kommt fort, statt 7.90 Franken, nur 5.90 Franken. Und hier kommt der aktuelle Preisschlager. 6 Rollen Toilettenpapier Hackle Superflausch für nur 3 Franken. Alle diese Angebote gibt es ab morgen in alle 1'400 Coop-Läden. Auf Wiedersehen, wir würden uns freuen. Ciao. 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 Ciao.